ich fick diese scheiße dass die sich immer resettet wenn irgendjemand weiß wieso das passiert bitte mir sagen meine scheiß key bindings resetten sich die ganze zeit nach jedem game oder immer nach neustart immer wenn ich zweit neustart auf diesem account welche lang bist du ja da musst du vielleicht auf youtube ein bisschen was hochladen dass du mehr zuschauer ist echt komisch werft doch deine 2 und gehen hat seine drei angesetzt ist das jetzt hast du kein link hast du auch mit einer 3 angefangen ach so schätze stimmt jetzt vorm kampf gemacht ja jetzt hat er schon wieder hat gar nicht so krass cool damit ob das ist wie deine 1 in einer blubach dran ich kämpfe ja noch kann ich machen du könntest den erreichen wenn du dich ja ich habe ich habe so sorry die letzte auto tech ich dachte die hört jetzt auf dann hat er noch einen gemacht das hat er macht ja noch so einen kurzen auto tech oh mein gott ja ich dachte schon überlebt ist egal wenn das tote machen kannst wäre richtig nice ja oh Ich weiß wie ich mache. Wobei, Invade den hier im Blue. Ja, ja, können wir machen eigentlich. Ja, lauf hin, lauf hin, Bacca ist schon dort. Der ist nicht da. Perfekt. Dropp. Droppidi, dropp, dropp. Nop. Ne, scheiß auf. Dropp, noch da im Blue. Ja. Ja, komm, ne? Ja, genau. Ja, komm, ne? So, dieser letzte Auto-Attack bei der Chain, der ist richtig schnell, der noch kommt. Genau, das ist sogar nicht. Ja, okay. Ja. 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 Ne siedelst du Bereich. Annihme, ich bin ein. Annihme, ich bin ein. Ach, du bist ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ah, da kriege ich aber keinen Movement Speed. Jetzt terrorisiert er dich, Alter. Ich hab seinen Blut geklautzt. Ich hab nur Hullkey, du kannst eigentlich ganken. Naja, ist kein Problem hier gegenüber. Okay. Ah, diese Minions greifen mich an. Na, guck mal. Pissi, in deinem Aresch. Sein Blut liegt. Okay. 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 Okay, thanks. Okay, die Ballen wird geflogen. Okay, das ist ja, die Blut ist geflogen. Und die Blut ist geflogen. Die Blut ist keine Blut. Oh, 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 oh. Oh, Ulti down. Okay. Ups. Ich hasse es, wenn ich Back fast Bankraft kaufen kann, dann laufe ich auf die Map clear und kann Bankraft kaufen. Ja, ja. Ich kann ihn ein bisschen poken mit dir. Der hat keine Rückgang. Okay. Ein bisschen poken ist ein bisschen mehr kill geworden. Ich kill ihn nur ein bisschen, okay? Ja, okay. Ich weiß nicht wo Back ist, Bruder. Ich hab Ulti. Ja, okay. Dann ist für mich jetzt egal wo Back ist. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ich kenne den Juggler. Was er an der Dicke? Easy Kuan Yu ist bei Viertel Leben Kuan Yu ist bei 10% Und der hat keinen Mana Bar Ok Nimm seinen Mana Bar Ja, muss noch rüstig Wayfushen Wack hat keine Ultime Ok Kuan Yu Kuan Yu Ich bin im Kopf kommentiert Ja, ich füll gerade meine Mana Reserven auf Jetzt bin ich da Link ist auch ready Lass sie nicht backen wenns geht Mhm, der ist im Tower Du kannst ihn difen, ne? Du hast Ultime Ja Oh, Bacca kommt Bacca ist da, ich Ulti Ich habe ihn gerade geultet wie sein Bot Digga Wieso habe ich ihn geultet Ach komm schon Ach Digga ist der lau Nein Die können nicht backen, guck mal Egal, egal Ich habe auch für den Bacca getötet Digga Digga, ich wollte nicht den töten Ich wollte den töten Ich hab, ich, ich, das schaffst du alleine Digga Ja, ja Ich hab gerade richtig gefehlt, alter Digga Digga Digga, der heilt sich hoch, der uns Nee Der ist gerade nicht zu killen Egal, mach dein Blue Die mexikanische Form Ja man Don Juan Yu, alter Das ist doch Oh, da ist ne Morgan Morgan, und die ist da Okay Ich bin andere im Blue Okay Lass dich schnell Wachen Digga Ich habe nicht mehr viel Ich wegschnecke Ja, ja. Morgan beats down. Okay. Ah, ich hab kein Relic gekauft. Fick dich. Willst du mich flachsen, Digga? Willst du mich flachsen? Ich hab grad so reingesackt, ey. Das war so free. Hey, Mastibob. Ah, freut uns. Servus, willkommen zum Stream. Hat's was gebracht? Wie gefällt dir das Game so weit? Das ist für mich schon voll die Rarität geworden, wenn Leute mit dem Game anfangen, gell? Ja, ist so, gell. Baka ist bei mir. Du kommst klar? Ja, ja. Hey, wir haben die den linken Tower auch gemerkt, konnte ich links echt nicht mehr machen. Bin da, Digga. Der ist beim Toten. Okay, ist ja ein Ulti-Stone. Baka ist hinter uns. Oh, seine scheiß Minions habe ich gelohnt. Alles gut, alles gut. Alles gut. Wir können auch kämpfen. Oder auch nicht, Digga. Jetzt kommt es wieder aufs Gleiche, Digga, mit dem Tower. Ja, man, mit dem Geel. Aber wir haben mehr Stehen, als wir. Ja, ja, ich heil mich kurz am Camp. Oh, Samuri, willkommen. Oh, Strich Samuri. Ja, Strich Samuri. Ja, also es ist voll cool, aber das war ein bisschen komisch. Ja, komm ich. Das war's, achso. Ja, aber das, ja, das kommt mit der Zeit. Das konnten wir am Anfang auch nicht. Wir haben richtig scheiße gebaut am Anfang. Am besten ist, dass du dir viele Games von dem Spiel anschaust, auch. Dann weißt du auch, wie die andere die Götter bauen. Dann geht das eigentlich recht schnell. Ich steche zu, Weihnacht. Digga, ich habe die Duelane eigentlich so auseinandergenommen, aber ich weiß nicht, wie die... Wir haben die dann zuerst den Tower verloren. Ja, weil Baka hat die auch nicht gegankt oder so. Das geht, Baka. Digga, hallo, 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 spielt ihr mit? Hallo? Digga, schlafen die? Bis wohin wollt ihr mich chasen, Alter? Da habe ich mich mit dabei. Haben die gepennt oder was? Digga, die haben hart gepennt. Baka. Ja, er geht auf Rage. Und geht's gut? Strich Samuri, wie geht's dir? Ja, selbst. Ja, Bro, du hättest einfach backen können. Doch, doch, der hat Crit. Ah, man, nimm halt den Tower-Ding. Ja, mach ich auch klar, der skippt mir alles auf den Sack, Alter. Der Proxy? Warte, ich mach. Ne, ich scheiß auf Solo-Lane. Okay. Ja, ja, lag, mein Arsch. Ja, ich mach. Du hast einen Schicksal. Du hast einen Schicksal. Was sehen meine Augen hier? Nice. Digga, was macht ihr da für ein Scheiß-Game? Der eine ist dort am Tier 2, der andere ist dort am Tier 2. Aber ich glaube nicht, es ist die Speed-Buff noch, Digga. Ja, man, dass das auf jeden Fall gut geht. Das ist Qualitätsproxy, nicht so ein Scheiß, was der macht. Das stimmt, das stimmt. Aber so Third-Person-Massi fühlt sich doch viel geiler an dem Kämpfen, oder nicht? Also ich finde so, weil ich so in dem Kampf drin bin, fühlt sich das viel heftiger an, als wenn ich von oben drauf gucke. Baka Ulti ist down. Baka Ulti ist down. Und der ist gesprungen. Okay. Oh shit, bruh. Morgan Ulti down. Hallo, Massibob, danke für den Follower. Andere kommen. Hm. Ist ne Ungewöhnung in Third-Person. Auf jeden Fall. Aber ich glaub schon, dass es mehr Spaß macht. Falschen auszusehen gerultet. Nein. Die hinten. Ja. Halt's Maul. Ah. Die hat grad unsichtbar. Die hat grad unsichtbar geklappt. Digger. Ich heule. Ich heule. Ich heule. Ich heule, ey. Ich heule. Ich heule. Ja, ich heule. Genau. Ich heule, ey. Ja, was gibt's? Ah, fuck. Ich bin drauf reingefallen. I love this guy. Ich heule. Ich heule. Ich heule. Jetzt ist er eine Ulti-Stone. Mhm. Der ist gesloten, aaaaaaah scheißloch, oder, ja alles, lass mal irgendwas nehmen, ja, ja, mitlemmen und dann. Ey, mal aber gucken, selber. Dome, hallo, servus. Servus, Dome. Willkommen. Back und dann können wir eigentlich schon den Großen feiern. Ja, Mann. Äh, Baka ist im rechten Jungle. Der ist gejumped. Sobald der gejumped geht alle auf die drauf, Digga. Mal Feuer faußen. Ja, Mann. Haben wir Anti? Ja, ich hab, aber du wär gut, wenn du eigentlich auch schon hättest. Ja, hol schon Pestilence. Ja, wär trotzdem gut. Ich werd Brawlers holen. Ja. 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 Der ist komplett auf der Position, Digga. Okay, scheiß auf den. Was ultiht die denn schon? Ja, die hat er schon ulti aktiviert. Achso, die war schon in der Ulti. Ja. Die sind schon im Tower. Egal, egal. Rein. Tower, 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 Tower. Oh, er ist noch drüber gesprungen. Fair, Tower, Tower. Morrigan beats Eggis. Ja. Nice. Ja, einfach pushen. Nice. Ja. 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 Okay, Gigi. Ja. League of Soldaten. Ja. Oh, jetzt lass das Giveaway nicht vergessen. Ja, ja. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.